Ah, das kann ich glaube ich nur, wenn ich... Hä? Ich will hier was machen. Bitte? Sicherheitscode erforderlich. Ist sicher irgendwo zu verzeichnet. Ich will hier mal die Nacht sehen. Ach, 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 ach! Ach! Nein, 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 nein! Jawohl. Hey, was willst du denn? Komm ich da dran. Nicht unbedingt das, was man in der Hand zu sehen haben will, oder? Es ist eine Lüge gegen Haarausfall zu finden, doch vielleicht nicht für den Weltkunden, aber zumindest für den Mann im Weg. Nee, ich will ja nicht da draußen. Hm. 6, was gibt es gerade? Negativzentrale. Ich war ja jetzt nicht so late, ne? Ey. Ey, C4 ist cool. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, jetzt kommen die alle hier hin. Boah, ich bin so doof. Oh mein Gott. Da war nix. Boah, jetzt sucht der Verstärkung. Oh, warte mal. Komm, 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 komm. Was ist hier los? Wo ist der andere Typ jetzt? Nee, wie soll ich den töten? 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 Oh mein Gott. Wo bin ich doch? Ja, ich bin. Hier sind ein paar Witten, wollte sie nicht prüfen. Ihre Show ist vorbei. Ich muss irgendwo hin, ich muss irgendwo hin. Auf der, ja klar schön. Ich muss irgendwo hin, ich muss irgendwo hin. Ich muss irgendwo hin und nicht viel. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Jetzt muss ich auch noch eine Forschung vernichten. Jawohl. Ich hab gedacht, jetzt geh ich hier raus und bin fertig. Weißt du was, verkleiden und los. Scheiße. 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 Ich muss einen Arzt umbringen, so einen komischen... Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Jawohl Ich dachte da wäre so ein Typ Aber das ist korrekt Das ist korrekt Das ist vor allem korrekt Wenn die da sind Kann ich aber einfach hier langlaufen Ja Wo sind denn die Testergebnisse? Ich schwöre da hinten Ich muss noch weiter Da sind die Testergebnisse Testergebnisse Da Oder wo? Die da Okay Okay ich muss runter Wie weit muss ich runter? Wie komme ich denn überhaupt da hin? Das ist eine gute Frage Ja Ich habe hier ein paar umgebracht Wie soll ich denn da runterkommen? Das ist mir ja Was machst du da? Alter Ich muss ja eh nicht lang Ich muss ja weiter runter Aber Ist das? Hammer So Wenn ich da unten will Muss ich einfach da lang Dafür bräuchte ich ein bisschen Instinkt Ey lass mich doch mal hier Bleib dran Bleib dran Okay, da lassen wir. Ey. Ich will mal eine andere Verkleidung wieder, aber ganz schnell. Ah, okay, komm, scheiß, was drauf. Ja, toll, Leichen in der Nähe, yippie. Ich muss da lang, geht nicht anders, und los. Bambada, düdü, 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 Tachchen. Düdü, 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 düdü. Ah, wie komm ich denn da lang, ey, das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles Code. Komm ich denn nicht auch hier so lang? Kollege, ne? Aber mal nix. Okay. Ach, der erkennt mich auch nicht. Ist er, ah, okay. 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 Okay, ne, ne. Okay. Okay. Ist er doch gar nicht. Und jetzt? Muss ich jetzt machen? Muss ich da rüber? Oh, bitte lass mich da rüber. Oder? Gehen Sie besser. Hier ist die Kacke am Dampf. Ey, ich schwör, lass mich zu der Brücke rüber müssen. Ja. Oder? Hier drüben ist nix. Jawohl. Ja, ich wollte schon sagen, weil normalerweise so viel Insink kannst du gar nicht haben, um an denen allen da vorbeizukommen, aber... War ja doch einfacher als gedacht. Jawohl. Was tun wir denn da? Äh... Jawohl. Wertung geändert. Forschung vernichtet. Und los! 40.000 Punkte war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jawohl. Freigeschaltet. Erhört die Zeit, in der 47 eine genaue Zielefassung halten kann. Nächste Stufe. Verbessert Stabilität und genauere Zielen. Kontrollierte Atmung Teil 2. Ja, äh... Stufe 2. 61.000 Punkte. Okay. Töberlin, ja, Beweis, glaube ich, nicht so gehabt. Das stimmt. Bisschen scharf lattig viel. Alles Gute zum Geburtserforschung und Versteck. Ich hätte denke mal, ich hätte sogar ein paar vielleicht töten müssen mit so einem Laserstrahl oder was da war. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. War aber, glaube ich, gar nicht so doof. Machen wir mal weiter. Okay.